Rock Your Dreams ist kein Seminar, in dem ich vorne stehe und Geschichten erzähle oder Vorträge halte, sondern ich coache zwei Tage lang intensiv. Das heißt, ich bringe die Menschen in Erlebnisse, die sie nie wieder vergessen. Ich nehme mit, dass ich für mich auf dem richtigen Weg bin und ja, dass es scheißegal ist, was die anderen denken. Die ist locker, die ist auf ihre Art wahnsinnig empathisch. Weil sie direkt sieht, was da ist, das rauskitzelt und ab dem Tag, ab sofort, was Neues entsteht. Viele Menschen wissen nicht so recht, worum geht es denn in meinem Leben? Was will ich denn? Was ist mein Ziel? Was kann ich denn? Sie zweifeln an sich. Mithilfe der Pferde, mithilfe der anderen Menschen erkennen sie, was sie können, was sie wert sind. Weil die Pferde bringen diese Menschen ins Gefühl. Und wenn wir etwas erleben, ist es nachhaltig. Das ist etwas, das wir niemals vergessen und das ist etwas, das sie direkt in ihren Alltag übertragen können. Nicht nur darüber reden, sondern machen. Das ist immer mein Motto. Und dadurch verändert sich alles. Ich habe aus allen Coachings ganz viel für mich mitnehmen können und ganz viel Druck abbauen können. Ich fühle mich jetzt einfach voller Leichtigkeit und habe jetzt auch Klarheit über meine Zukunft und über meine nächsten Schritte zu Hause. Rock Your Dreams ist das, was es schon aussagt. Es ist Energie. Es ist emotional. Es bringt Menschen an dem Punkt, an den sie hinwollen. Egal in welchem Bereich. Egal mit welchem Ziel. Du musst da hin. Danach ist dir mit Sicherheit einiges klarer und dein Leben schöner. Es sind Menschen, die mehr aus sich und ihrem Leben machen wollen. Und die es endlich anpacken wollen und die nicht mehr darüber reden wollen. Weil da geht noch viel mehr an deinem Leben. Durchbrich deine inneren Blockaden und sei der Mensch, der du sein willst. Du musst nur von dem werden. Du bist so fest. 第三 cambiar.